Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem kleinen Verlosungsvideo, das Mu und ich zusammen angekündigt hatten. Mu und ich haben ja eine Diana gespielt und da hieß es dann, dass wir bei ihm auf Facebook eine Diana gewinnen können oder auch natürlich bei mir auf WG News eine. Und ich habe mich dementsprechend extra passend dafür angezogen, dem Anlass angemessen. Nein, Quatsch beiseite, ich habe mich natürlich einfach nur aus meinem noch nicht Arbeitsgewand befreit und dementsprechend aber jetzt die Auslosung schnellstmöglich, weil ich bin auch so gut wie wieder auf den Sprung Richtung London, um da Mutality, Rio, Katzernossi und Van Bergen Games das auch da zu treffen. Also von dem her schauen wir da jetzt einfach mal, wer gewonnen hat. Also wie gesagt, ihr seht, das war der Beitrag. Es gab in Summe 15 Kommentare auf WG News. Gar nicht so viel, aber mein Gott, das erhöht natürlich die Auswahl für diejenigen, beziehungsweise die Chancen. Und ja, ich mache es hier ganz einfach, ich scrolle einfach. Das heißt, ich schaue hier schnell weg und bleibe irgendwo random stehen. Und zwar hierbei, es war so ein bisschen noch mal auf der Kippe, vielleicht noch mal. So, jetzt aber. Der Spinatman. Moin, netter alter Dampfer, ich würde mich über den Code freuen. Weiter so. Ja, das langt doch. Damit weiß ich ganz genau, dass man dich damit beglücken kann. Du bekommst den Code per E-Mail. Und ihr wisst ja ansonsten, es gibt immer World of Tanks Codes bei mir monatlich zu gewinnen. Also bleibt dann da auch am Ball. Ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alkaramba.